Hallöchen, ich bin da, Sip. Heute haben wir für Sie Autobahnware 2 YouTuber bzw. Anfrage und zwar, heute pausieren wir das Autobahnware 2 YouTuber. Alles klar? Und zwar, dass diese CPU ist Overheat, weil wir wissen, keine Video hochladen des Autobahnware 2 YouTuber. Alles klar? Aber die Xbox-Spieler und YouTuber-Spieler, die kommen schon. Aber YouTuber-Spiele kommen vielleicht später, am Februar zum Beispiel. Alles klar? Warum Februar haben wir gesagt? Zeigen wir euch später. Und auch Ansage von meiner Autobahnware 2 YouTuber-Welt gebaut war und beitreten können. Alles klar? Included. Aber bevor ich gefragt habe, wir müssen erst so, dass wir jetzt zeigen von meiner Autobahnware 2 YouTuber, was ich getan habe. Also wir haben heute so früher, denn wir haben Einkaufs gebaut, wir haben einen Marktplatz, zum Beispiel Bela. Auch die Schule, Murau und wir haben auch viele, jede Menge Autobahnen, zum Beispiel die S36, die A10 und weiter so. Alles klar? Und jetzt haben wir eine Geschichte erzählen, das was ich getan habe. Wann betritt die Autobahn bei 2 YouTuber, wenn Spieler gejoint werden? Alles klar? Legen wir sofort los, dass wir jetzt zeigen können. Ja, ganz genau. Und zwar, die Autobahnware 2 YouTuber ist, dass wir wieder weiter fertig bauen sind und dass wir die gemeinsam sicher ankommen. Alles klar? Und zwar, was ich getan habe, ist, wir haben die Bela Marktplatz gebaut, das ist auf der linken Seite. Dann haben wir ein gelben Haus gebaut, da links auch hinter dieser Bela Marktplatz. Und da hinten vom Kirche Murau haben wir auch ein Zeitunghaus included. Das ist zum Beispiel Krone Zeitung oder anderes. Alles klar? Und was ich noch getan habe, ist, wir haben auch eine Schule gebaut, da in der, wo recht, die neben vom Zeitunghaus ist, da ist die Schule. Alles klar? Und zwar, diese Schule ist so, die heißt NMS Murau, da kennen wir schon diese, weil ich war in 2019 zum Beispiel, die habe ich seit früher gegangen und deswegen. Alles klar? Und wir haben, kennen wir schon Feuerwehr, aber hinter dieser Feuerwehrhausliste, wir haben auch eine ÖRN-TC, das ist so die Auto-Mechaniker oder Panne vom Fahrzeug. Alles klar? Dann haben wir noch, was getan ist, dass wir, wir haben auch gebaut, die Ohrenbautankstelle, das haben wir noch nie geguckt. Alles klar? Und zwar, dass wir haben auch Autobahnwett 2 YouTuber etwas gebaut ist, wir haben alle moderne Häuser gebaut, wir haben ein ältere Häuser gebaut und vieles mehr. Und zwar, dass wir die Autobahnwett 2 YouTuber fertig geworden ist, dauert zu lange, bis Februar gebaut werden. Und zwar, die dauert zu lange, wenn wir beitreten, die Spieler und das Ankommen des Bau- und Weißen-Info. Alles klar? Also, die Spieler vom YouTuber, die kommen nicht an diesen Monat. Das kommt am Februar, wenn wir die Murau fertig sind. Alles klar? Zum Beispiel viele YouTuber-Häuser und jede Menge alle Autobahnen gebaut sind. Aber es gibt auch die Xbox-Spieler und auch die Playstation-Spieler, die müssen wir noch fertig gebaut werden. Und das können wir auch beitreten, wenn Xbox- und Playstation-Spieler möglich auch in meiner Welt spielen. Alles klar? Das geht auch, aber das ist kein Problem. Aber noch etwas ist, wir müssen auch die Urlaub fertig gebaut werden. Zum Beispiel die Autobahn von der Deutschland. Dann bauen wir auch die S36, S6. Dann kommt die A2 Südautobahn in der Österreich. Bis bei der Hauptstadt von Österreich, Wien, gebaut werden. Alles klar? Bei mir wohne ich in Wien, in Wielife. Aber in Minecraft wohne ich in Murau. Alles klar? Und zwar, denn wir müssen alle fertig gebaut sind. Und auch die deutsche Autobahn bauen wir bis nicht nur bei der Berlin, sondern nach Frankfurt gebaut werden. Alles klar? Und zwar, wenn wir gebaut sind bis weiter Frankfurt am Main, dann kommen auch einen weiteren YouTuber-Spieler und auch wenig Xbox-Spieler included. Alles klar? Aber, denn die Autobahn wird bei YouTuber, wird gebaut werden. Dann können wir die Bauarbeiten starten am März. Alles klar? Weil wir haben, so ist, die Bauarbeiten bedeutet, wir müssen die Baustelle sanieren. Entweder die Häuser oder Straßen reparieren. Und das ist ganz klar vom Sanieren. Alles klar? Und damit wir die später können, ist, die Autobahn, wer zwar YouTuber ist, müssen wir bald alle fertig gebaut werden. Aber die dauert so lange, wenn wir die ganzen gebaut sind. Und zweitens, dass wir die neue Information, Aktienwissenschaft, hinzufügen können. Alles klar? Und damit die Autobahn, wenn zwei YouTuber noch etwas fertig gebaut werden darf, Fällen übrigens ist, dass wir müssen noch die Örn-Ditze gebaut werden. Und auch die Judenburg, eine neue Outlet in Judenburg, da kennen wir schon in der Fondsdose zum Beispiel. Haben wir schon geguckt. Aber wir bauen in Minecraft ganz anderes. Zum Beispiel ein Gebäude und bauen wir ein Outlet-System. Alles klar? Und bei der Autobahn, wer zwei YouTuber noch nicht fertig gebaut ist, zum Beispiel die Lagerhaus. Like Cutie Girl, das ist von der Shirley Girls Schwester, hat es noch nicht fertig gebaut. Und das muss auch fertig gebaut werden. Alles klar? Deshalb, ich muss nachfragen zu Shirley Girls, denn die Lagerhaus soll fertig gebaut werden. Alles klar? Und jetzt gibt es noch, dass Ankunftsfrage ist, wann die YouTuber-Jonen ist, die kommen am Februar only. Alles klar? Wenn wir die später alle fertig sind und auch werden später auch included am März für die Urlaub. Alles klar? Damit wir später ist, die Autobahn, wenn zwei YouTuber, beigetreten werden. Und zwar es gibt so die Probleme in V-Life ist, die Corona-Virus zum Beispiel. Also Corona-Virus ist gefährlich und das macht so ein Problem. Alles klar? Und deshalb haben wir jetzt ein Autobahn-Welt zwei YouTuber, eine Ersatz-Welt. Und die Autobahn-Welt zwei YouTuber bleiben wir bis Dezember 2021. Alles klar? Wir haben so, bis Dezember ist die Schluss und machen wir aus. Also, das wird nicht passiert werden und meine Autobahn-Welt zwei müssen wir auch bald fertiggestellt werden. So, das ist super und wir müssen alle gebaut werden, bis es alle fertig sind. Also, Geschichte ist super. Und damit ich noch konkret von der Autobahn-Welt zwei YouTuber ist, wir müssen auch alles fertig gebaut werden, bis am Februar fast geschafft werden. Wenn wir entweder zum Beispiel die neue Notebook vom MSI, alles klar? Was die MSI ist, das ist so, die ihr kennt, zum Beispiel Gaming Notebook. Und die kommen wir später, wenn wir umgezogen sind zu neuem Notebook mit NVIDIA. Und das ist ganz einfach. So, das war's und diese. Fähiglück und sei glücklich sein. Wir sehen uns am Samstag oder Sonntag, einen weiteren Video. Autobahnfahrt S36, Mutterschnellstraße. Alles klar? Weil morgen fahre ich wieder Murau, denn ich habe einen Termin gefunden, zum Beispiel zum Zahnarzt gehen. Weil, denn die Zahn war locker und deswegen muss man morgen Zahnarzt gehen. Weil ich habe einen Termin. Alles klar? Aber wir machen es so, am Samstag oder Sonntag ein Video vom Autobahnfahrt. Alles klar? So, das war's und diese. Schreibt in die Kommentare, wir müssen die Autobahn fertig bauen. Und abonnieren meinen Kanal, wenn ihr wollt. So, das war's und diese. Fähiglück und sei glücklich sein. Wir sehen uns am Samstag oder Sonntag, ein weiteres Video. Und ciao, Leute. Die Autobahnwelt 2 YouTuber ist pausiert. Und ciao, Leute.